Eschg-Salvador Sopral Rückschlag nach Herzwunder, Eschg-Salvador Sopral in Klinik Große Sorge um den gefühlvollen Sänger Salvador Sopral, 27. Nach der lebensrettenden Herztransplantation vor wenigen Wochen liegt der Eschg-Sieger wieder auf der Intensivstation. Die Diagnose – Nierenversagen Sein Zustand konnte mit den entsprechenden Medikamenten stabilisiert werden, so die Ärzte gegenüber der portugiesischen Zeitung Corraudamana mit Dilde. Die Diagnose – Nierenversagen Die Diagnose – Nierenversagen Die Diagnose – Nierenversagen Die Diagnose – Nierenversagen